Huhu ihr Lieben, heute wie versprochen bauen wir gemeinsam meine Stickertreppen auf. Also eigentlich meinte ich mit Aufbau, meine Sticker werden zusammen mit euch in diese Stickertreppe platziert. Ja, parallel habe ich im Hintergrund auch schon damit angefangen. Da kommen dann meine kleinen süßen Sticker alle nacheinander hin. Da überlege ich mir immer beim Platzieren, okay, wie platziere ich die am besten? Also dass dieselben Farben nicht unbedingt direkt nebeneinander stehen und dass das Ganze auch so ein bisschen Sinn ergibt und dass Sets oder bestimmte Kombis zusammengehören. Ja, und auf diese erste Treppe kommen alle meine kleinen Sticker, das heißt alle Sticker, die im Preis von 1,50 Euro verkauft werden. Ich habe aber auch immer eine kleine Stickeraktion, denn mit jedem dritten Sticker, den man kauft, gibt es einen vierten Sticker umsonst. Ich habe aber auch noch eine zweite Treppe, die gehen wir im nächsten Video durch. An der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Danke!